Hallo, ich bin Erik vom Bachelorprint und heute erkläre ich euch unseren Plagiatsreport. Diesen Report, wie ihr ihn hier auch seht, den bekommt ihr per Mail als PDF, wenn ihr bei uns auf der Seite eine Plagiatsprüfung gemacht habt. Was ist jetzt in diesem Report zu finden? Einmal hier im Kopfteil eine Plagiatsampel und nochmal die Details zu eurem Plagiatscheck. Dann seht ihr hier so Zitate aus eurer Arbeit, die farblich markiert wurden und ganz unten nochmal eine Übersicht über alle relevanten Quellen, zu denen jetzt eine Ähnlichkeit in eurer Arbeit gefunden wurde. Wie ist das Ganze jetzt zu verstehen? Also, hier oben in der Plagiatsampel wird im Prinzip angegeben, wie hoch der Anteil an Phrasen ist, die so auch eben in anderen öffentlich zugänglichen Online-Quellen gefunden wurden. Grün heißt 0-5% Ähnlichkeit zu anderen Quellen, Gelb heißt 5-10% Ähnlichkeit zu anderen Quellen in eurer Arbeit und Rot heißt dann über 10% Ähnlichkeit. In absoluten Wörtern heißt es bei mir ungefähr 28.000 wurden gecheckt, 1100 Zitate wurden gefunden und die verteilen sich auf 55 Quellen. Was bedeuten jetzt diese farblich markierten Abschnitte hier? Die Farben sollen für euch eine Orientierung darstellen. Für jede markierte Farbe gibt es eine Quelle, die Ähnlichkeit zu eurem Text hat. Wenn ihr hier jetzt direkt auf diese farblich markierte Stelle klickt, werdet ihr online zu dieser Quelle weitergeleitet und könnt direkt gegenchecken, alles klar, ist das ähnlich oder ist es nicht ähnlich. Unten nochmal bei den relevanten Quellen, die ich euch vorhin auch gezeigt habe, findet ihr nochmal alle Fundstellen in der Übersicht, alle URLs und eben mit der entsprechenden farblichen Zuordnung hier aus dem Text. Wir werden jetzt häufig gefragt, okay, hier wurde jetzt eine Stelle markiert, ist das jetzt ein Plagiat? Nein, ist es erstmal nicht. Das heißt nur, dass diese Stelle Plagiats verdächtig ist. Die markierte Formulierung wurde so auch in einer anderen Online-Quelle gefunden. Das heißt, es wird beispielsweise was markiert, wenn ihr eine Quelle vergessen habt oder wenn es noch eine Quelle gibt, die ihr vielleicht selbst noch nicht auf dem Schirm hattet. Hier liegt es jetzt aber an euch abzuwägen. Habe ich die Quelle wirklich vergessen oder ist das eine zusätzliche Quelle, mit der ich vorher vielleicht noch gar nicht gearbeitet habe? Oder es ist vielleicht auch einfach nur Zufall, dass hier eine Ähnlichkeit gefunden wurde? Ich würde euch jetzt folgende Strategie vorschlagen. Schaut euch die markierten Stellen nochmal genauer an. Es gibt hier nämlich so Formulierungen, die so auch häufig in anderen Arbeiten vorkommen. Beispielsweise, das seht ihr hier. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, oder hier so eine kleine Stelle wie in Beziehung zu setzen. Oder hier nochmal ein anderes Beispiel im weiteren Verlauf der Arbeit. Das sind einfach Standardformulierungen und die können aus meiner Sicht auch so stehen bleiben, weil sie im Prinzip das eigene Vorgehen in der Arbeit beschreiben und deshalb einfach so häufig auch woanders verwendet werden. Das heißt, andere Phrasen würde ich jetzt mir ein bisschen genauer angucken. Das heißt, ihr klickt hier auf so eine Stelle drauf und schaut euch die Onlinequelle an und entscheidet dann, okay, hier habe ich eine Ähnlichkeit oder die Quelle möchte ich gerne noch mit angeben. Noch ein kleiner Tipp von mir. Häufig geben diese Onlinequellen auch nochmal Verweis beispielsweise auf die Originalliteratur, auf eine Primärquelle. Das gibt euch die Möglichkeit auch nochmal dieses Zitat gegen zu checken. Wichtig ist dann, dass ihr sowohl die Primärquelle angebt, also das Buch beispielsweise, in dem das drinsteht, als auch die Internetseite, wo ihr diesen Verweis gefunden habt. Dann seid ihr so ziemlich auf der sicheren Seite, dass es kein Plagiat ist. Ja, soviel für die Interpretation von unserem Plagiatreport. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Erik. Bis zum nächsten Mal.